Sie haben verschiedene Möglichkeiten die Stui-Cloud aufzurufen. Eine Möglichkeit ist es, über den Mehrbereich die Kachel-Cloud aufzurufen. Hier haben Sie nun eine Übersicht aller Gruppenordner der Gruppen in denen Sie Mitglied sind und können durch Klick darauf die Dateien einsehen. Eine weitere Option ist es, über den Chatbereich der App direkt die Gruppe aufzurufen und über das Wolken-Icon oben rechts zur Ordnerstruktur der jeweiligen Gruppe zu gelangen. Hier können Sie direkt auf Dateien und Ordner der spezifischen Gruppe zugreifen.